Wer bist du? Ich heiße Sladek. Man muss nur selbstständig denken. Ich denke vier. Kennst du die Schwarze Armee? Das darf man nicht sagen. Ich habe gehört, dass sich draußen auf den Feldern Soldaten sammeln. Sie haben Kanonen und Maschinengewehre. Sie werben für die Schwarze Armee. Es gibt keine Schwarze Armee. Du weißt, was mit einer gnädigen Frau geschieht. Die Soldaten wollen feinde verhören. Was ist das? Das ist das. Ich kann nämlich selbstständig denken. Halt das Maul, du hast nicht selbstständig zu denken. Du bist Soldat. 3000 Sladeks sind erst ein Regiment. Du bist nur ein Teil. Selbstständige Teile sind überflüssig. Also schädlich, also werden sie vernichtet. Du, du kennst mich nicht? Nein. Ich habe dich gleich erkannt. Ich bin der Sladek. Ich bin doch der Sladek, Kameraden. Ich bin nicht dein Kamerad. Wenn einer das Talent hat, verwechselt zu werden, so ist das schlimm. Es erinnert sich keiner an ihn. Es kommt dir auch auf so einen einzelnen Sladek nicht an. Ich bin dieses dreams.